Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Conan Exiles, dem Battle Pass bzw. den Herausforderungen. Heute geht es um die folgende Herausforderung, nämlich müssen wir Schwefel sammeln, 10 mal. Es ist eine ungewöhnliche Herausforderung und ich habe einen sehr schönen Platz entdeckt, wo es wahnsinnig viel Schwefel gibt. Allerdings ist der auch nicht ganz ohne Gefahren, deshalb packt euch eine gute Rüstung ein und dann könnt ihr mal schauen. Und zwar bin ich hier oben in F wie Friedrich 11, direkt neben der Zuflucht von Gilles. Hier unten bin ich und man kann ungefähr sagen, in diesem Stück hier, ich glaube so ungefähr bis hier oben, würde ich mal sagen, in diesem Stück könnt ihr überall Schwefel farmen. Ihr seht es schon, hier rechts ist Schwefel, aber hier sind überall auch die kleineren Skorpione. Und hier oben ist schon mal ein größerer Skorpion dazwischen, obwohl die sind auch etwas größer, wenn man näher kommt. Aber das sind vergleichsweise noch kleine Skorpione mit denen, denen ich schon begegnet bin. Da oben ist nochmal Schwefel, da hinten, da seht ihr überall die Berge, da ist Schwefel, da, 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 da. Da oben ist auch nochmal Schwefel. Ich will jetzt hier nicht komplett entlang laufen. Und wir sind ungefähr von dem Felsen aus gerade gekommen. Ihr könnt euch hier natürlich dann auch nochmal umdrehen und in die andere Richtung laufen. Hier ist übrigens auch nochmal Kohle nebenbei bemerkt. Also hier links war gerade nochmal Kohle. Da gibt es auch nochmal Schwefel. Hier können wir nochmal interagieren mit irgendwas. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, hier ist auch nochmal Schwefel drin. Da ist ein großer Skorpion, von dem sollte man sich auf jeden Fall in Acht nehmen. Und ich denke mal, das ist dann wahrscheinlich der Rand hier. Ja, da hinten ist auch nochmal ein bisschen Schwefel. Da kann man gut aufpassen, der ist gerade in den Sand reingegangen. Hier gibt es übrigens auch für einzelne Schlangen. Hier ist zum Beispiel nochmal eine. Also wenn ihr eine Schlangenquest habt, das nur mal so als Funfact nebenbei. Dazu mache ich dann aber nochmal ein eigenes Video. Hier gibt es auch einige. Das ist übrigens der einzige Ort, wo ich bisher Schlangen gefunden habe. Ja, ich würde mal sagen, hier ist in etwa die Grenze. Also hier, von hier bis ungefähr hier, könnt ihr auf jeden Fall Schwefel sammeln. Irgendeiner zerstört immer das Video. Ich weiß nicht warum. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Channel abonniert. Beziehungsweise ihr könnt auch die weiteren Videos noch aus der Playlist sehen. Bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.